Dann beschreiben Sie CAD genauer. Okay, auch hier wieder gehen wir vom Wort aus. C, Computer, wie bei allen diesen Abkürzungen, A, Edit. Das wiederum heißt, mit Hilfe des Computers. Mit Computerhilfe. Das kann man übersetzen so, mit Computerhilfe, mit Hilfe des Computers oder computergestützt. Man könnte also auch sagen, denn bei Design geht es ja um die Zeichnung, die Konstruktion. Und Konstruktion ist hier mehr als Zeichnung. Computergestützte Konstruktion wäre eine Übersetzung. Und Konstruktion geht hier weiter. Das geht los von der Zeichnung bis hin zur fertigen Konstruktion. Also alle Stadien dazwischen, inklusive Stücklisten oft auch. Das ist Computer-Aided Design. Wollen Sie lernen ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.